Meta hat angekündigt, dass es russische Staatsmedien wie in Russia Today, Hossier, Sivodnyer und andere russische Staatsmedien sperren wird. Das Unternehmen sagt, die Medien hätten russische Staatspropaganda und Desinformation betrieben. Zuvor hat Meta die Schaltung von Anzeigen untersagt und ihre Reichweite eingeschränkt. Meta will die Verbote weltweit auf allen Plattformen, einschließlich Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads anwenden.